Das sagt Calvin Klein zur neuen Temptation Island VIP-Staffel. Ab dem 4. Oktober ist es wieder soweit. Vier Promi-Paare stellen sich dem ultimativen Treue-Test. Wie steht der Kultkandidat zu den Pärchen? Gegenüber Promi-Flash verrät er, Ich finde den Cast gut. Gleichzeitig ist der Are You The One-Teilnehmer überzeugt, Ich ahne, dass es definitiv knallen wird. Er ist sich sicher, dass viele den Versuchungen nicht widerstehen können. Nur Aurelio und Larissa traue der 30-Jährige zu, das Experiment erfolgreich zu meistern. Ich vermute, die beiden haben gute Chancen, das Ganze zu überstehen. Calvin steht also bereits in den Startlöchern und wird die Show gebannt verfolgen.